Servus die Malen und grüße euch die Buben. Willkommen zu meiner 6000 Abo Challenge. Endlich habe ich es erreicht, hat sich ganz schön zahlt, ist mir ehrlich gesagt auch nicht so unbedingt wichtig. Klar ist es schön wenn man es hat, aber es ist nicht alles was zählt. Ja, ich habe damals in einem Video gesagt, ich mache so eine kleine Verlosung, wenn ich 6000 Abo habe, das würde er machen und ich werde diesmal was Neues machen, ich werde nichts verschenken. Nein, ich verschenke nichts, sondern ihr könnt etwas blödiger kaufen. Es wisst, mein Lieblingskocher, der X-Boil, genau um den geht es. Ihr habt die Möglichkeit, den X-Boil um 25 Euro zu kaufen. Es wisst, der kostet 50 Euro neu und um die Hälfte könnt ihr einen S kaufen. Ich weiß, die Gemüter teilen sich da, die einen nicht loben mir mit dem Himmel, da gehöre ich auch dazu. Ich mag ihn verdammt gern. Die anderen sagen wieder, das Blechstück ist nicht mehr wert wie drei Euro. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Jeder seine Meinung ist frei. Egal. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, ich werde zwölf Stück von der X-Boil um 25 Euro hergeben. Der Leo, der Vater vom X-Boil, hat sich bereit erklärt, dass er das Ganze abwickelt mit Fassan und Geldübernehmer und Pipapo. Ich brauche mich da zum Glück gar nicht reinmischen. Danke Leo, echt super dafür. Und ich werde auch gar nichts von euch verlangen. Ich schreibe es ganz einfach unten rein. Wenn ihr einen haben wollt, Hashtag X-Boil bei euch einen Kommentar, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Ich schreibe euch das da noch rein, wie das genau drin steht. Wie gesagt, es bestehen die Möglichkeit, zwölf Stückchen gibt es zu je 25 Euro. Die kann man haben quasi billiger. Und da ist es wurscht, ob das jetzt der kleine 85er ist oder der große 150er ist oder der große 150er, könnt ihr euch selber aussuchen. Ich werde dann so einen randomen Zöller da durchrennen lassen, der was diese 12 ermittelt. Und ich werde dann jeden Einzelnen anschreiben oder ich schreibe es mir an, wie seht ihr dann eh, dass ihr gewonnen habt, gebt mir bitte eine E-Mail-Adresse. Ich schicke diese E-Mail-Adresse weiter in Leo. Und der Leo macht sich das dann mit euch aus, was ihr für einen Kocher wollt. Und macht das auch mit der Zahlung. Das hat sich der Leo bereits erklärt. Das macht er alles für mich in dem Sinn. Ja, und dann wird es noch drei X-Boil geben. Die werde ich persönlich verschenken. Ja, drei werde ich verschenken. Ich weiß noch nicht, wer die drei sind. Ich werde mir dann irgendwen raus suchen und die drei werden dann irgendwann kriegen. Vielleicht sind es auch die, die gar nicht dabei sind bei den Kommentaren. Weiß ich alles noch nicht. Wird sich herausstellen. Gut, wir wollen jetzt das Video gar nicht mehr länger in die, gar nicht in die Länge mehr ziehen. Ja, ich sage nochmal herzlichen Dank für so viele Abonnenten. Das ist wirklich gewaltig. Mit sowas hätte ich nie gerechnet. Und es freut mich immer wieder, wenn neue dazukommen. Es sind natürlich alle herzlich willkommen. Ja, ich sage, wie immer, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und man sieht sich. Servus die Malen und pfiert euch die Buben.